Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Prüfung Nummer 3 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Leben ist voller Herausforderungen und Prüfungen, die uns stärker machen können. Das Leben ist voller Herausforderungen und Prüfungen, die uns stärker machen können. Das Leben ist voller Herausforderungen und Prüfungen, die uns stärker machen können. Nach bestandener Prüfung kann die Studentin endlich ihr Studium beenden. Nach bestandener Prüfung kann die Studentin endlich ihr Studium beenden. Die Prüfung beginnt um 9 Uhr morgens. Lisa lernt fleißig für ihre bevorstehende Prüfung. Die Prüfungsaufgaben sind diesmal sehr anspruchsvoll. Die Prüfungsaufgaben sind diesmal sehr anspruchsvoll. Jeder Schüler muss die Prüfung eigenständig ablegen und darf keine Hilfsmittel verwenden. Jeder Schüler muss die Prüfung eigenständig ablegen und darf keine Hilfsmittel verwenden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.